Ich bin der Senti Dominik und komme sehr gerne ins Boudacan. Ich habe die Kampfkünste schon lange interessiert, wenn ich sie immer so im Fernsehen gesehen habe. Und bin dann durch eine Bekannte draufgekommen. Boudacan finde ich speziell, dass man einfach viel machen kann, viel Verschiedenis. Nicht nur anrichtig gehen kann, sondern verschiedene Abschnitte lernen kann. Ich arbeite sehr gerne mit den Schülerinnen, die hier sind. Die sind alle wirklich super. Und mit den Waffen ist es auch sehr interessant. Dann kann man das aus dem Fernsehen vielleicht auch machen. Für uns selbst ist es ein gutes Gefühl, dass man so etwas kann. Ich denke, der Mädchen ist ein sehr lebensfröhlicher Mensch. Er bringt gerne anderen Leuten etwas bei. Das macht immer Spass, das sieht man immer an. Der Wuder kann nur allen empfehlen. Er stärkt Körper und Geist. sind nicht nur der Waffen. Überrasch-H. Wie geht es weiter. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.